Hallo und herzlich willkommen bei Andrés Trinbacher, Mr. T-Energy. Heute habe ich ein Thema für euch zum Thema energetische Schonhaltung. Energetische Schonhaltung? Was ist das? Eine energetische Schonhaltung ist nicht das, was ich gerade praktiziere. Das ist energetisch aufwendig. Brustwirbelsäule eingehoben und... Was ist denn da auf dem Tisch? Brustwirbelsäule angehoben, Schultern sind hinten und somit bin ich in einer energetisch aufwendigen Haltung. Das heißt, meine Muskulatur muss dafür sorgen, dass ich diese Haltung aufrecht erhalte. Jetzt zeige ich euch, was eine energetische Schonhaltung ist. Und zwar, das ist morgens. Und wenn Menschen vor diesen kleinen, fährlichen Kisten sitzen, die auch noch ein bisschen zu tief eingestellt sind, dann passiert folgendes. Seht ihr das? Achtung! So, ich drehe mich mal auf die Seite. Das ist keine energetische Schonhaltung, Beine schulterbreit, Füße flach auf dem Boden, nicht nach hinten unter den Stuhl, Schultern nach hinten, Brust raus. Das ist energetisch aufwendig, aber gesund. Und das hier, das passiert im Laufe des Tages. So, wenn ihr mich jetzt von der Seite anguckt, ich mache noch ein bisschen mehr, dann seht ihr, dass der Kopf nach vorne hängt, die Schultern hängen nach vorne, die Brust ist schlapp, der Bauch ist schlapp, keine Spannung mehr drauf, der Rücken ist auch schlapp. Das ist natürlich energetisch sehr sparsam und wenn etwas energetisch sparsam ist, dann ist es natürlich eben zum Energiesparen gut. Aber in der Regel für die Gesundheit nicht gut, denn das führt zu Nackenverspannungen, das führt dauerhaft zu Problemen in der Halswirbelsäule, in der Brustwirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule. Wenn wir uns aufrichten und so sitzen, dann ist energetisch unser Körper im Lot. Das kostet uns zwar Energie, denn hier die Brust anzuheben, ist damit verbunden, dass wir Muskelgruppen ansteuern, die diese Haltungsarbeit langfristig unterstützen müssen. Das heißt, der Muskel ist in Arbeit und der Muskel, wenn er arbeitet, braucht er Energie. Wenn wir also nicht genügend gesunde Energie haben, wenn wir müde sind, dann sitzen wir so. Habt ihr das jetzt gerade mitgekriegt? Der Kreislauf schließt sich wieder. Wieder ist die Ernährung wieder am Start, wieder ist der Schlaf, das Ausruhen mit dem Start. Menschen, die nicht gut gegessen haben, die sich energetisch unterversorgen, können die lange so sitzen? Nein. Menschen, die nicht ausgeschlafen sind, müde sind, können die lange sitzen? Nein. Ihr seht immer, das ist ein geschlossener Kreislauf. Also die Ernährung und der Schlaf zählt immer ein Stück weit dazu bei, wie wir uns verhalten. Wer nicht ausgeruht ist, wer nicht genügend geschlafen hat, ist müde. Und müde heißt träge. Wer nicht ausgeruht ist, nicht ausgeschlafen ist, hat in der Regel Hunger auf ungesunde Sachen. Wer sich nicht artgerecht ernährt hat, so weit wie möglich es in seinem Rahmen ist, der hat in der Regel eine Unterzufuhr an wertvollen Mikronährstoffen. Ihr seht, der Kreislauf ist immer geschlossen. Deswegen, dass hier diese energetische Unhalten passt uns jedem. Warum? Weil es natürlich 8, 9, 10, 11, 12 Stunden so zu sitzen, ultra anstrengend ist. Kann man üben. Und Menschen, die regelmäßig Sport betreiben, Menschen, die regelmäßig Stretching machen, die haben damit viel weniger Probleme. Warum? Weil ein trainierter Muskel eher in der Lage ist, uns natürlich so aufrechtzuhalten. Natürlich in der Lage ist, diese Stellung, diese Körperstellung so zu halten. Ein untrainierter Körper, Bauchmuskel nicht trainiert, Innerrückenmuskel nicht trainiert, Rückenstrecker nicht trainiert, Beckenboden nicht trainiert, Po nicht trainiert, der fällt relativ schnell in sich zusammen. Wenn dazu dann noch dazukommt, dass energetisch gesehen der Körper eine maximale Unterversorgung hat, dann passiert das. Und was ist das Problem an dem? Das Problem ist ja nicht, dass wenn wir kurzfristig in so eine Haltung gehen, dass wir deswegen extreme Gesundheitsprobleme bekommen. Aber rechne das mal hoch. 5, 10, 15, 20 Jahre sich so zu setzen, sich so nicht artgerecht zu verhalten, sei es in der Bewegungszeiten der Ernährung, wo führt das hin? Das kann zwangsläufig nur dahin führen, dass wir damit Probleme bekommen, und zwar gesundheitliche Probleme bekommen. Um diese gesundheitlichen Probleme aus dem Weg zu gehen, ist erstmal wichtig, dass wir bewusst sitzen. Bewusst sitzen heißt, uns, unserer Haltung, überhaupt bewusst sind. Und die meisten Menschen sind das nicht, sondern wir setzen uns einmal auf den Stuhl. Das gleiche gilt natürlich auch supergau im Auto. Die ganzen lieben Außendienstler, die ganzen Lkw-Fahrer, wow, die sind gefesselt auf den Stuhl. Die fahren teilweise 4, 5 Stunden am Stück und das Autositzen ist noch viel schlimmer wie ein guter Bürostuhl, weil da ist es meistens, der Sitz noch nach hinten gekippt, dann nach hinten gelehnt. Und das führt auch nur zu einer maximalen energetischen Schonhaltung. Bauchmuskel völlig inaktiviert, Po-Muskulatur völlig inaktiviert, Schulter-Trapezmuskulatur völlig inaktiviert und befindet sich dann stundenlang in einer Fehlhaltung. Und dass das dazu führt, dass wir Nackenprobleme bekommen, Kopfschmerzen bekommen, dass wir Schulter-Gelenksprobleme bekommen, weil das Schulter zu weit nach vorne geht, dass wir Probleme bekommen mit der Wirbelsäule, Verspannungen bekommen, dass wir Bandscheibenprobleme bekommen, das ist sicherlich jetzt, wenn wir mal darüber nachdenken, nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Deswegen, was für Möglichkeiten haben wir, uns erstmal bewusst hinzusetzen, uns bewusst zu sein, wie sitze ich ihn überhaupt? Okay? Bewusst zu sein. So, zu sitzen. Wenn ihr jetzt ein Gespräch habt, der Gegenüber, wie empfindet ihr das, wenn ihr so sitzt? Oh, wow. Wow, der hat aber Power im Arsch. Und wenn euch jemandem Gegenüber sitzt? So, wie sieht das aus? Nicht energetisch reich und auch nicht powerful. Möchtet man mit so einem Menschen ausgehen? Möchtet man mit so einem Menschen Geschäfte machen? Eher nicht, tendenziell eher nicht, sondern eher mit denen hier. Energetisch geladen, wach, hellwach, denn auch diese Haltung sorgt für eine aufrechte Haltung, für einen Blick nach oben und das bedeutet energetisch wach. Das hier, Blick nach unten, Kopf nach unten, bedeutet nicht energetisch wach und bedeutet auch nicht, dass man hier der Held ist, sondern eher das Gegenteil. Stirn nach unten, ist gegenüber dem Gegenübernen, obwohl das nicht bewusst bewertet. Keine gute Haltung. Hinterlässt beim Gegenüber keinen guten Marker, wo man sagt, yes, nein, macht es nicht. Deswegen bewusst die Haltung einnehmen. Brustlos, Hälte raus, Schulter nach hinten. Auch ich sitze vor dem Rechner, auch ich sitze vor der Kamera, auch ich ertappe mich manchmal beim Lümmeln. Das ist gut so. So, wenn man eine Stunde aufrecht gesessen ist und 45, dann mal 4, 5 Minuten lümmelt, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn man von 10 Arbeitsstunden, 9,8 Stunden lümmelt, dann führt das dazu, dass der Körper die Muskulatur, die für die Stützung zuständig ist, komplett abbaut, eliminiert. Warum? Use it or lose it. Was wir nicht brauchen, wird abgebaut. In dem Moment ist auch sogar ein gesundes Sitzen. Ein aufrechtes Sitzen. So wie ich es jetzt mache, ist auch eine Art von Training. Deswegen, Schulter nach hinten, Brust raus, die Beine leicht geöffnet nach außen, Oberschenkel, Unterschenkel, rechter Winkel. So, energetisch sehr aufwendig, aber gesund. Um diese energetische, aufwendige Haltung erreichen zu können, ist natürlich eins wichtig, das Bewusstsein. Wie sitze ich überhaupt? Das ist die Nummer 1. Nummer 2, ich sollte ausgeschlafen sein. 7 bis 8 Stunden, guter Schlaf. Nummer 3, ich sollte meinem Körper gesunde Energie gegeben haben. Ungesunde Energie sorgt nur für ein paar Minuten energetisches Hoch, danach geht es in den Keller runter. Gute, gesunde Ernährung bedeutet langfristiger, stabiler Blutzuckerspiegel. Gute Fette, gute Mineralstoffe und dann sieht man das hier. Ihr seht wieder, es ist eine Kombination. Schlafen, Essen, Bewusstsein und jetzt noch dazu, ihr könnt natürlich euren Körper auch trainieren. Dreimal die Woche, 60 Minuten Einsatz, Investment in deine gesunde Zukunft, hervorragend. Ihr braucht einen Trainingsplan, am allerbesten. Einen Trainingsplan, der auf euch abgestimmt ist. Und da guckt euch der Trainer an und guckt euch mal von der Seite an, von vorne an, am besten in eng anliegenden Kleidern oder vielleicht auch sogar in der Unterwäsche, so wie ich das mache. Bei meinen Coaches, wenn sie mir Bilder schicken, bei den Online-Coachings brauche ich immer Bilder. Ich möchte sehen, was haben die für eine Haltung. Und entsprechend dessen wird der Trainingsplan erstellt und auf die Person angepasst. Wenn jemand eine energetische Schonhaltung hat, was ich euch gezeigt habe, Schulter hing nach vorne, Brustmuskel verklebt, Trapez verklebt, was macht man mit dem noch? Richtig, der kriegt auch noch ein Stretching-Programm empfohlen, um diese Verklebungen, um die Faszien wieder zu öffnen. Ja, denn wenn jemand seine Faszien nicht öffnet, wenn er seine Verklebung nicht öffnet und er bekommt ein Trainingsprogramm, dann ist es nur die halbe Miete. Denn die verkleben müssen erstmal raus, denn wenn er verklebt ist und wenn er schon eine energetische Schonhaltung hat, sogar im Stehen, wenn sich das alles schon manifestiert hat, dann müssen wir ihn erstmal öffnen. Und wenn wir ihn dann geöffnet haben durch Stretching, dann kommt das Krafttraining dazu, dann haben wir natürlich eine Homostase. Ein Synergismus zwischen verschiedenen Dingen. Das führt dazu, gesunder Schlaf, gesundes Essen, gesundes Training, gesundes Bewusstsein zu einer weitestmöglich artgerechten Haltung. Sitzen ist nicht artgerecht, egal wie wir es drehen. Aber das hier, was ich jetzt hier mache, das ist besonders wichtig. Und ja, auf diesen Tipp, auf dieses Video bin ich über Umwege dazugekommen. Ich war jetzt bei Dirk Reuter drei Tage als Fitness-Animateur einerseits und als Speaker auf der Bühne zum Thema die vier Säulen der Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Achtsamkeit. Der Kreislauf wieder. Und da war jemand im Publikum und der hat gesagt, Andreas, deine Fitnesseinheiten sind krass, aber ich kann deine mitmachen, weil ich bin nicht so sportlich. Deswegen wäre es toll, wenn du da vielleicht auch mal sagen könntest, dass diejenigen, die nicht ganz so sportlich sind, dass sie mitmachen können, aber nur das, was sie können. Und vor allem wäre es vielleicht gut, wenn du am Anfang, bei dem ersten Auftritt, die Leute darauf hinweist, dass sie so sitzen sollten. War ein guter Tipp. Deswegen bin ich jetzt wieder auf diese Idee gekommen, auch diesen Video zu machen. Denn Sitzen ist für uns oft selbstverständlich. Wir setzen uns halt mal hin. Wir setzen uns halt mal hin. Aber wie sitzen wir? Bewusst hinsitzen. Dass wir dafür sorgen, dass wir, wenn wir sitzen, dafür sorgen, dass wir aufrecht sitzen, Schulter nach hinten, Brust raus, dass wir bewusst sitzen. Und dazu gehört auch wieder das Thema ausreichend schlafen, gute, gesunde Ernährung, regelmäßige Zufuhr an gesunden Energielieferanten, Mikronährstoffe. Da gehört dazu Bewegung, passende Bewegung, dynamische Bewegung für gewisse Muskelgruppen, die aufgebaut werden, innere Rücken zum Beispiel, hintere Schultergürtel muss aufgebaut werden, Brustmuskulatur muss gedehnt werden bei den meisten. Hier der Latissemus muss gedehnt werden, die Nackenmuskulatur muss gedehnt werden, hintere Oberschenkelmuskulatur muss gedehnt werden, Wagenmuskulatur muss gedehnt werden, am besten den ganzen Körper. Das hat mich wieder dazu gebracht. Bewegt dazu, euch diesen Video zu machen. Jetzt muss ich eben nur auf die Uhr gucken, oh Freunde, jetzt muss ich mich umziehen, ins Auto sitzen, jetzt geht es hier in der Nähe, 20 Kilometer entfernt, zu einer Firma und um was geht es da? Richtig, um artgerechte Haltung, artgerechte Bewegung, Fitness- und Krafttraining, Mobilisationstraining und Stretching. Das sind die Themen, die heute Morgen zwei Stunden, sind immer so zwischen 50 und 70 Teilnehmer einer großen Firma, eine große Firma, die sich im Fitnessbereich eingerichtet hat, weil sie weiß, Menschen, die sich artgerecht verhalten in Form von Bewegung. Dass da die Wahrscheinlichkeit, dass sie weniger krank werden, viel größer ist, dass sie viel mehr Leistung bringen während der Arbeit, viel größer ist und das unterstütze ich sehr, sehr gerne durch meine Arbeit. Und deswegen, Freunde, denkt daran, aufrecht sitzen, energetisch aufrecht sitzen, Brust raus, Köpfchen nach oben, Bildschirm richtig einstellen, nicht nach unten gucken und immer schön in einer schönen, aufrechten, artgerechten Haltung. Zwischendurch mal rumlümmeln, ist echt okay, ein paar Minuten, aber zwischendurch wieder aufrichten. Gut schlafen, gute Ernährung, Dramm in der Woche, Sport, lasst euch einen Plan machen, lasst euch angucken, wie ihr ausseht, damit ihr den richtigen Trainingsplan bekommt für euch, damit ihr die Muskelgruppen, die zu schwach sind, auftrainieren und die Muskelgruppen, die verklebt sind, aufdehnen. Und dann habt ihr es auch viel einfacher, 8, 9, 10 Stunden zu sitzen. Und dann werden die Schäden, was durchs Sitzen entstehen können, etwas kleiner werden. Man kann sie nicht ganz eliminieren, aber sie werden etwas kleiner werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Mr. T-Energies Video anzuschauen zu diesem für mich sehr, sehr wichtigen Thema, denn viele arbeiten mittelsens 40 Stunden, teilweise bis zu 70 Stunden im Sitzen. So Freunde, jetzt heißt es, ihr habt 72 Stunden Zeit, die goldene Regel. Okay, wenn ihr innerhalb der 72 Stunden nicht die ersten Maßnahmen ergreift für die Veränderung, was ihr haben wollt, wenn ihr jetzt was gehört habt, was ihr ändern wollt, dann kommt jetzt in 72 Stunden ins Tun. Das ist wichtig, denn wenn ihr länger wartet wie 72 Stunden, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein, dass ihr ins Umsetzen kommt. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt nach 72 Stunden unter 2%. Okay, wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr mich sucht, unten in den Bemerkungen, in den Shownotes findet ihr direkten Link zu mir. Und dann könnt ihr mich kontaktieren. Ich danke euch. Bis dann, macht's gut. Ciao, bye, bye. Bye. Bye.